speichern wir aber an der stelle mal und sehen uns weiter um halt hier geht es gar nicht weiter da geht es weiter mit damals das haben wir auch mitgenommen okay hier geht es weiter zurück so ein runenstein sehr schön hier kann ich aber leider nichts mitnehmen schade egal benutzt mir den runenstein ein bogen geil sehr geil das freut mich die beiden haben wir offenbar vergessen damals so hier gibt es jetzt zwei wege und meistens nicht der weg zur arne motte ja gut den haben wir natürlich schon gehen wir hier weiter ich glaube ein paar sachen sind halt doch schon nachgewachsen also wir kommen langsam in dem in dem bereich zurück ein berglöwe okay das war's für ihn ja gut nicht wenn ich daneben schieße aber es was trotzdem fehlen muten sollte ich ihn vielleicht doch vier zwergen pfeile und ein löwen pelz habe ich eigentlich noch andere pfeile wieder ich habe den glas pfeil noch da habe ich auch noch mal daneben geschossen das habe ich gar nicht gemerkt das ist ja eigentlich irgendwas in der nähe was wo wir noch nicht waren nein hier haben wir auch alles mitgenommen da vorne gibt es ein dorf bei dem wir noch nicht waren okay das war's mit dem bogen und der rüstung ich weiß wahrscheinlich waren es handschuhe aber ich habe gar nicht nachgesehen ob es wirklich handschuhe waren das ist ein baum stamm aber auch mal daneben Oh, ich dachte, er würde eventuell sterben. Oder nicht. Weil ich daneben geschossen habe. Zwergenpfeil und Löwenpelz. Da liegt er nämlich. So, also ich habe hier zweimal daneben geschossen. Vielleicht finden wir noch einen der beiden Pfeile. Wohl eher nicht. Ja, wenn er hier irgendwo wäre, dann vielleicht. Aber im Gras finden wir ihn nicht. Nein, keine Chance. Lassen wir es. Okay. Hier ist der Hintereingang. Wisst ihr was? Das hebe ich mir auf. Wir kommen ja von der Vorderseite auch nochmal dorthin. Da gehen wir also später hin. Wir gehen jetzt einfach mal weiter zurück. So, hier haben wir jetzt zwei Wege. Wo geht es da hin? Zur Königswappenhöhle. Waren wir dann noch gar nicht weiter? Oder waren wir da noch gar nicht? Doch, da sind wir definitiv hergekommen. Dann gehen wir mal kurz diesen Weg hier. Nee, halt. Wir waren da fertig. Ich erinnere mich gerade wieder. Eine äußerst grüne Milchdienstle. Die Königswappenhöhle, die kenne ich. Wir waren da fertig. Ähm, wir sind dann nämlich hier weitergegangen. Hä, sind wir da gar nicht weitergegangen? Das Aereenslager haben wir noch gefunden. Und dann, das war eine Sackgasse. Und ich glaube, da war noch irgendwas. Bin mir aber nicht mehr sicher. Egal, wir gehen den Weg hier zurück. Ich finde es schön, dass wir jetzt so weit zurückkommen. Und es muss schon länger her sein, dass wir mal hier waren. Denn hier können wir wieder die ganzen Pflanzen nehmen. Okay, hier gibt es zwei Wege. Fannakas und Wandererlager ist da. Ja, wir waren da also bereits schon. Das heißt, es geht jetzt hier zurück. Und damit kommen wir eventuell vielleicht sogar jetzt zu diesem kleinen Dorf da oder zu diesen Hütten. Ja, kommen wir. Super. Fürst Ruckdumpfs Anwesen. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich glaube, das ist ein Ork. Und hier ist irgendwas mit Organ. Oder Riesen oder sowas. Fliegenpilze. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein Quartier. Wir sehen uns erst mal außen rum. Hier ist leider nichts. Hier sind noch ein paar Fliegenpilze. Okay, gehen wir erst mal in das Bedienstetenquartier. Und speichern natürlich zuvor. Keiner da. Wenn keiner da ist, müssen wir nicht schleichen, um zu stehlen. Biografie Perentias und Geschichte des Kaiserreichs. Hier ist Käse. Brot. Hinter dem Stuhl ist was versteckt. Ja, das lassen wir. Okay. Fünfmal Reis. Ja, nee. Ein Apfel. Ich glaube, das war jetzt aber unsere letzte gestohlene Fackel, oder? Ja. Okay, das war's mit dem Bedienstetenquartier. Mal sehen, was wir im Anwesen finden. Natürlich nochmal speichern. Es ist auch nicht mal verschlossen, oder so. Uns hat jemand gesehen. Raus hier jetzt. Okay. Wir setzen uns mal hin und warten einfach eine Stunde. Vielleicht... ...steht er ja auch irgendwann mal auf. Der Odo kommt hier raus. Das sind zwei. Nehme die Silberschüssel mit. Eisenbrustharnisch und Eisenstiefel. Lass mir da. Können wir mit dir reden? Fürst Ruckdumpf. Was wollt ihr? Ähm. Geht nur. So, mag er nicht. Die beiden mag er und die beiden mag er nicht. Ihr seid... Ihr seid... Der ist kla... Ihr macht mir keine Angst. Ihr lü... Ihr... Oh, der ist kla... Ihr... Dass ich nicht lache. Das ist wir... Ihr seid zu freundlich. Wenn du das meinst. Wo habt ihr den her? Ihr... Das... Oh, bitte. Das... Das... Ihr seid der Bärm... Ihr... Wie du meinst. Bla, bla, bla... Das... Derge... Nicht... Verstehe. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich... Rede doch kurz mit der hier. Was? Fürst und Rockbud Kraschurgag. Gerüchte. Das Herzland und das Tal von Nieben sind die landwirtschaftlichen Kornkammern von Syrodil. Okay, danke. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ähm, mag sie... Mag sie nicht. Mag sie nicht. Mag... Die beiden mag sie. Die also nicht. Wieder... Ich... Das war irgendwie ein bisschen falsch. Was für ein... Ihr... Hört... Gute Arbeit. Wer... Das... Einverstanden. Ich habe kein... Was... Wie... Gute Arbeit. Hört... Was für ein mieser Scherr... Gute... Der war nicht mies. Weder jetzt... Noch in Zukunft... Das... War... Wirklich... Interessant. Seht euch vor. Ja, ich seh mich vor. Jetzt verfolgt er uns nicht mehr. Aber wir warten noch mal eine Stunde. So. Schon fast Abend. Speichern wir... Und machen ein bisschen Taschendiebstahl. Das geht. Das Gewand kann er sich behalten. Mist, jetzt hat er uns gesehen. Warten wir halt noch eine Stunde. So, vielleicht gehen sie ja jetzt ins Bett. Nein. Die sieht uns. Speichern. Aber das ist ihr irgendwie egal. Also speichern wir und machen Taschendiebstahl. Das hat sie irgendwie gemerkt. Aber sie sieht uns trotzdem nicht. Haben wir jetzt irgendwie... Kopfgeld oder so? Nee. Okay. Eine Nierenwurz. Drei Gold. Das rote Buch der Rätsel. Das nehmen wir mit. Oder haben wir das schon gelesen? Ich seh mal kurz nach. Haben wir das schon gelesen? Nein. Haben wir nicht. Sehr gut. So, da ist nichts drin. Hier haben wir noch drei Gold. Das war's. An der Stelle. Zwei Gold. Das lassen wir... Okay. Wir sind fertig. Ja, wir gehen ja schon. So, wir haben aber jetzt immer noch kein Kopfgeld, oder? Nein. Aber Infamie 1. Na egal. Wie viele Oblivien teuer haben wir jetzt eigentlich wirklich schon geschlossen? Neun. Cool. Okay. Jetzt sind wir hier fertig. Also gehen wir weiter. Hier rechts entlang. Bin ich ja mal gespannt, wo sie jetzt dann... Wie weit wir zurückkommen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon das hier alles hier erkundet. Und sind wieder auf dem... Äh... Hier waren wir ja schon. Hier haben wir die Grenze irgendwie gefunden. Und jetzt sind wir hier wieder auf dem Rückweg wieder. Nach Scherdenal. Und von Scherdenal dann wieder weiter zurück. Also den Hut der Hasenpfote, den können wir irgendwie ganz schön oft ernten. Im Vergleich zu anderen Pflanzen. Oder er kommt einfach nur so unglaublich oft. Das könnte auch sein. Ein Ogre. Vielleicht ein wilder Ogre. Wir machen nämlich so gut wie gar keinen Schaden an ihm. Wenn er fast tot ist im Umfeld, machen wir Seenfalle drauf. Oh. Der geht mal daneben. Seenfalle. Wir haben eine Seele gefangen. 15 Zwergenpfeile und Ogrezähne. Und irgendwo hier habe ich zweimal daneben geschossen, glaube ich. Ähm... Vielleicht finden wir sie noch. Irgendwie sehe ich aber gar keinen. Schade. Ach, da ist er! Okay, eine der beiden Pfeile haben wir gefunden. Naja. So, wir müssen jetzt eigentlich wieder bei Shady Nile sein. Ja, da ist das Oblivion Portal. Eine Banditin. Selbst schuld. Vier Zwergenpfeile. Elfenstiefel. Sehr schön. Mit Triebus Hannisch. Und Ebenholzkriegshammer. Können wir... Ah Mist, den können wir nicht mitschleppen. Aber vielleicht wenn wir ein bisschen... Ähm... Oh, Woffen schmittert sich aber halt... Ähm... Ein bisschen... Ein paar Tränke braun, würde ich sagen. So. Es sind ja eigentlich nur 6 Kilo. Die wir zu viel wiegen. Versuchen wir die mal zu kriegen. Wir haben schon 180 Hüte der Hasenpfote. Das ist echt heftig. Und da geht's... Das geht mit Karotte. Brotlaib. Und Käse Stück. Gut, dann... 70 Milchdienstelsamen haben wir auch schon. Aber da geht auch nichts. Schade. Dann... Mutterkrautzweig. Geht mit Reis. Brotlaib. Und Erdbeeren. Alchemie hat sich verbessert. Super. Knochenmehl. Geht mit Käse. Und dann haben wir da noch... Ah, Äpfel. Dann Blutgras. Dann haben wir Hut des Rauhen Wulstlings. Dedraherz. Und Hut des Sommersteinpilzes. Und jetzt noch eine Tomate. So, nochmal Tomate. Und dann... Äpfel. Dedraffzahn geht noch. Mit Ogerzähne. Und wurzelbreites Blau- und Eisenhuts. Das war's. Dann... Hut eines echten Zunderschwamms. Geht mit Bermutblätter. Wildbrett. Und das war's. Dann nehme ich mir das noch auf. Ich möchte auch sofort noch machen, wenn es vier Zutaten haben. Dann Käse. Geht da noch was? Da geht noch was. Da haben wir einen Apfel. Gut, eines Grünspan. Bech. Irgendwas. Und Kürbis. Blauch. Und das war's. Da geht nichts. Dann hätten wir noch das Gump hat, aber auch da geht nichts mehr. Okay. Und wir können uns wieder bewegen. Und wenn wir das bei dem Lerm безd resausten haben... ...d cuenternern. ...dkkubertrumpf.